Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Na machte euch halt selber. Das Bild wieder hängen geblieben, mein Gott verdammte Discord. Ich mach dir ne Aufnahme. Warte, du zeig mal das richtig ins Bild. Drehen wir noch ein bisschen. So. Da habt ihrs. Batterie abgeklemmt, versteht du? Abgeklemmt, das ist ja toll. Das sind einfach nur die jungen Jochen scheiße. Ja, aber es lädt zurück. Nee, wenn der nicht angestellt ist, kann doch nichts zu tun werden. Batterie ist abgeklemmt. Der nimmt wahrscheinlich jetzt grad irgendwelche Spannungen auf, keine Ahnung. Jetzt ist weg.